Ja Leute, heute kommt eine Everyday Make-Up Look und zwar als Drogerie-Version. Ich zeige euch einfach mal so ein Make-Up, was ihr täglich tragen könnt, wo man immer gut mit aussieht und wie gesagt nur mit Produkten, die aus dem Drogerie-Bereich sind. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die wechselnden Lichtverhältnisse, weil das Gewitter draußen ziemlich stark hat. Deswegen kann es sein, dass es immer wieder mal ein bisschen herschwankt. Ich weiß nicht, wie gut ich das jetzt mit der Nachbearbeitung hinkriege, dass es nicht allzu sehr auffällt. Aber ich habe zwischendurch halt immer wieder das Licht neu einstellen müssen. Deswegen kann es sein, dass es so ein bisschen hin und her schwankt. Aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Also dafür, fürs Gewitter kann ich nichts. Ich habe aufgegessen. Alle Produkte findet ihr übrigens unten in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder mir einen netten Kommentar oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.